In den nächsten Minuten zeige ich dir, wie du mit Angular Structural Directives deine Kollegen so richtig beeindrucken kannst, aber was genau meine ich damit? Wir sehen hier vier Buttons. Ich kann jetzt einen Nutzer hinzufügen. Wir sehen, dieser Nutzer hat ein Array aus verschiedenen Rollen und basierend auf den Rollen können wir Buttons einblenden oder auch ausblenden. Wir können auch den Nutzer wieder zurücknehmen, womit wir UI komplett verschwinden lassen. Das ist eine Syntax, die in Angular sehr verbreitet ist und wahrscheinlich in jedem Projekt in so oder einer anderen Form schon mal vorkommt. Aber wie genau sieht das jetzt aus? Aktuell sieht unser Code so aus. Wir haben hier ein Main-Element, wo wir eine ng-if-directive drauflegen, wo wir einfach auf ein Observable hören, um zu gucken, ob der Nutzer definiert ist oder null ist. Wenn ein Nutzer definiert ist, kontrollieren wir, ob der Array von Nutzerrollen, der sich im Nutzerobjekt befindet, den passende Rolle besitzt. Wenn ja, blenden wir den Button ein oder aus. Diese Syntax ist gut funktioniert und ist auch nicht wirklich falsch. Das kann man nicht sagen. Wir wollen aber im Laufe dieses Videos diesen Code produzieren. Wir haben hier eine erste Custom Structural Directive, nämlich isAuthentificated, wo wir einfach kontrollieren, ob ein Nutzer existiert oder nicht. Also ist der Nutzer angemeldet oder nicht. In dem Moment, wenn er das getan hat, dann kontrollieren wir, ob der Nutzer die passenden Nutzerrollen hat. Zum Beispiel hasRoles. Und dann checken wir die jeweiligen Rollen, die ein Nutzer haben kann, um ein entsprechendes UI-Element zu sehen. Meiner Meinung nach ist die zweite Lösung zwar deutlich komplizierter, aber unfassbar viel einfacher in der Verwendung, weil diese Syntax braucht keine Erklärung mehr, keine Kommentare. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Und wie das funktioniert, gucken wir uns jetzt an. Also los geht's. Bevor wir mit dem eigentlichen Video starten, müssen wir uns erstmal damit vertraut machen, was ich hier vorbereitet habe. Grundsätzlich habe ich drei wichtige Elemente in meinem Angular-Projekt schon vorbereitet. Alles andere, was hier in der Seite ist, ist eigentlich ein Standard-Angular-Projekt. Ich nutze natürlich Visual Studio Code mit meinem Custom-Theme und als Beispiel seht ihr immer Chrome, sofern ich irgendwas im Browser zeige. In unserem Beispiel habe ich einen User-Service erstellt. Dieser ist einfach nur als Verdeutlichung für zum Beispiel ein User-State. In dem Moment habe ich ein Behavior-Subject. Damit ich einen statischen Wert von 0 am Anfang übergeben kann, habe ich halt kein normales Subject, sondern ein Behavior-Subject benutzt. Hier drin habe ich wiederum einen Getter. Dieser Getter stellt ein Observable bereit, damit wir innerhalb unserer Anwendung auf eine Änderung innerhalb des Nutzer-Objektes hören können, um die UI zu verändern. Hier unten habe ich vier verschiedene Funktionen. Das sind die Funktionen, die ihr zu Beginn des Videos in diesen Buttons gesehen habt. Die sind einfach nur der Verdeutlichung da, dass ich zum Beispiel den Nutzer-State oder andere Optionen einfach verändern kann. Sie haben eigentlich nichts mit diesem Video zu tun. Das nächste, was wir uns angucken sollten, ist unser Nutzer-Objekt. Ich habe hier einen Type, nämlich User, erstellt. Dieser Type kann ein User-Object sein oder Null. Unser User-Object wiederum hat eine ID, einen Namen und ein Array von verschiedenen Nutzer-Rollen. Und in dem Moment haben wir hier die Option geschaffen, einen normalen Nutzer verwalten zu können. In eurem Beispiel ist wahrscheinlich das User-Object viel größer als bei mir, aber ich denke, jedem sollte klar sein, was ich damit meine. Unsere verschiedenen Rollen, die wir im Laufe des Videos benutzen, werden durch User-Roles beschrieben, bzw. das Enum-User-Role, wo wir Admin und User haben. Natürlich kann das N sein, also ihr könnt hier auch 100 verschiedene Rollen haben, sofern ihr das wollt. In meinem Fall reichen aber zwei völlig aus, um zu zeigen, womit wir eigentlich loslegen wollen. Innerhalb unserer App und Component habe ich als Beispiel unsere Lösung gerade mal revidiert und sonst habe ich noch nichts vorbereitet. Also, wie können wir jetzt damit anfangen zu kontrollieren, ob unser Nutzer, den wir in unserem User-State quasi gespeichert haben, auf Main angewendet werden kann. Also wie können wir dafür sorgen, dass diese Zeile deutlich angenehmer zu lesen ist. So, dann legen wir mal los mit dem eigentlichen Erstellen unserer ersten Directive, nämlich isAuthentificated. Wir können das über die Angular CLI ganz einfach machen, über ng, g und dann d für Directive und dann dem Ordner Core, Directives und dann isAuthentificated. Wenn ich das mache, wird im Hintergrund automatisch unsere Datei sowie eine Testdatei erstellt und unsere App.Module geupdatet, wie wir hier sehen. Das bedeutet, in unserem Code, wenn ich das Ganze jetzt einmal öffne, haben wir hier oben eine neue Directory, nämlich Directives. Hier sehe ich meine leere Datei, die wir jetzt benutzen werden und hier in App.Module wurde das auch korrekt hinzugefügt. Allerdings ist eine wichtige Sache hier noch anders. Je nachdem, wie ihr euer Projekt konfiguriert habt, könnt ihr das hier noch umbenennen. Ich finde das immer angenehmer, wenn App dort nicht drin steht. In dem Moment kann ich das abspeichern und kann jetzt meinen Selektor benutzen, um in meiner App.Component in meinem HTML-Element Main einfach isAuthentificated zu benutzen. In dem Moment, wenn ich das getan habe, funktioniert das. Also diese Syntaxie ist korrekt, um eine Direktive in Angular zu benutzen. Allerdings brauche ich das Sternchen, um zu sagen, dass es sich hierbei um eine sogenannte Structural Directive handelt, damit wir innerhalb unserer Directive Zugriff auf Template Reference und andere wichtige Funktionen besitzen. Außerdem sagen wir damit, dass keine weitere Structural Directive auf diesem HTML-Element Main erzeugt werden kann. Also ich könnte beispielsweise hier drauf jetzt nicht noch einmal eine ng-if anwenden. Das würde nicht funktionieren. Grundsätzlich können wir das aber so speichern und uns damit auseinandersetzen, wie wir unsere Structural Directive jetzt korrekt anpassen können. So, dann legen wir mal los mit dem Erstellen unserer Custom Directive. Ich denke, es ist ein guter Start, wenn wir erstmal damit loslegen, eine Dependency Injection auf unseren User-Service durchzuführen. Mithilfe dieses Service können wir jetzt nämlich eine Subscription starten auf unseren User und in dem Moment, wenn wir einen Nutzer haben, wollen wir die Methode Show oder die Methode Hide ausführen. Wenn wir das getan haben, würde jetzt in der Regel irgendwie auf unser Element Bezug genommen werden, aber unser Element kennen wir aktuell noch nicht. Das Gute ist, wir können mithilfe einer Dependency, nämlich Element, jetzt dafür sorgen, dass wir unser Element referenzieren, ElementRef. Damit können wir jetzt unsere beiden Methoden definieren. In dem Moment haben wir jetzt eine Referenzierung auf unser Ursprungselement, sagen NativeElement, Style, Display, None. Wenn wir Hide aufrufen und wenn wir Show aufrufen, sagen wir Display, einfach Block. In dem Moment wird unser Element ein- oder ausgeblendet. Das speichere ich jetzt mal ab. Gucken wir uns mal an, was hier passiert. Ich setze einen Nutzer und irgendwie sehen wir nichts. Irgendwas ist jedoch komisch. Ich kann hier draufklicken, das obere funktioniert alles korrekt, unsere Lösung aber nicht. Gehen wir doch mal ins HTML. Da löschen wir mal diese Sternchen hier weg, gucken uns das Ganze mal an. In dem Moment, wenn ich das setze, oh, es funktioniert. Wir sehen unsere Nutzer wunderbar. In dem Moment habt ihr die Lösung gebaut, die viele, viele Leute bauen und leider ist die nicht wirklich gut. Die ist nämlich eigentlich ziemlich falsch. Und warum, gucken wir uns jetzt mal an. Prinzipiell, wenn ich hier reingehe, dann sehen wir hier nämlich, dass ich hier bei meinem ersten Main-Element eine Referenzierung auf ein wirkliches Element habe. Also wenn ich jetzt keinen Nutzer habe, sehen wir unser HTML-Main-Element hier oben nicht. Und ich habe hier nur eine Referenz auf dieses Element, damit Angular weiß, dass an dieser Stelle eigentlich ein Element sein sollte. Hier unten sehe ich aber mein anderes Main-Element sehe ich permanent, wo wir jetzt unsere isAuthentificated-Directive sehen und hier auch display none. Wenn ich einen Nutzer setze, wird einfach nur dieser Style verändert, aber unser HTML wird wieder gelöscht, modifiziert oder in irgendeiner Weise vereinfacht. Und hier oben sehe ich allerdings jetzt das eigentliche Main-Element, wo dann auch meine Buttons dementsprechend hinterlegt sind. Das ist also die Lösung, die wir eigentlich haben wollen. Aber wie komme ich denn dahin? Wie kann ich denn aus dieser komischen Lösung hier unten die richtige Lösung bauen? So, aber wie können wir unsere hässliche Lösung denn jetzt schöner bauen? Als erstes sorgen wir mit unserem Sternchen wieder dafür, dass Angular weiß, dass es sich hierbei um eine Structural Directive handelt und in dem Moment müssen wir hier erstmal unseren Müll rausschmeißen. Nämlich die Referenzierung unserer Dependency hier oben, den Code hier unten und natürlich auch den Import unseres Elementes. In dem Moment können wir das abspeichern und wenn ich mir das jetzt angucke, funktioniert das auch alles ohne Fehlermeldungen, allerdings sehen wir nichts. Hier drin brauchen wir nämlich jetzt wichtige neue Informationen. Und zwar brauchen wir drei Dependencies. Einmal unseren User-Service, unsere Template-Reference und unsere View-Container-Reference. Über die View-Container-Reference können wir nämlich jetzt ermöglichen, neue Elemente innerhalb unseres DOMs zu rendern, die Position zu verändern oder andere Manipulationen durchzuführen. Und unsere Template-Reference sagt uns einfach nur, um welches Element es sich eigentlich handelt. Wir können jetzt also in unserer Funktion Show mit View-Container, CreateEmbeddedView, SysTemplateReference ein neues Element erzeugen. Das speichern wir jetzt mal ab, gucken uns das an. Ich drücke auf SetUser und wir sehen, unser Element wurde hinzugefügt. Wenn ich auf Reset drücke, wird es aber nicht wieder entfernt. Das können wir glücklicherweise genauso schnell erledigen, indem wir unseren View-Container hier unten einmal kopieren und hier oben dann einfach die Funktion Clear aufrufen. In dem Moment, wenn ich das abspeichere und wir uns das mal angucken, kann ich einen Nutzer hinzufügen, wieder entfernen. Das wird gelöscht und ich kann ihn hinzufügen. Allerdings haben wir hier ein Problem. Und zwar, wenn ich jetzt ganz oft hier drauf drücke, fügen wir immer weitere Elemente hinzu. Also an die Stelle, wo unser Element hinzufügt werden soll, fügen wir jetzt unendlich viele Elemente hinzu. Das müssen wir also auch noch lösen. Um dieses Problem zu umgehen, muss unsere Direktive sich merken können, ob unser Element gerade sichtbar ist oder nicht. Das machen wir über eine Private Variable, ist Visible. Und hier müssen wir jetzt einfach nur dafür sorgen, dass wenn das gecleared wird, dann sagen wir, ist Visible gleich False. In dem Moment, wenn das Ganze hier unten erzeugt wird, sagen wir, ist Visible natürlich ist True. Und hier fragen wir vorher ab, if ist Visible gerade False, dann wollen wir nämlich das Element erzeugen. Wenn das nicht False ist, also gerade Visible ist, dann wollen wir das nicht zusätzlich hinzufügen. Wenn ich das jetzt abspeichere und uns das angucke, kann ich hier unser Element hinzufügen. Ich kann jetzt hier drauf drücken und das auch wieder entfernen, ohne dass unendlich viele Elemente zugefügt werden. Wichtig ist, warum genau müssen wir das denn so kompliziert machen? Und zum Beispiel nicht über Sys.Renderer oder eine andere Dependency. Wenn ich dafür sorge, dass zum Beispiel dieses Element auch hier oben von der Position angefügt werden sollte oder hier, dann sorgt Angular dafür, dass dieses Element an diesen Positionen auch wieder eingefügt wird, wenn wir es entfernt haben. Wenn ihr das auf eine andere Weise machen würdet, dann würde es immer ganz oben oder ganz unten in eurem Parent-Container erzeugt werden. Und das will man natürlich nicht. Aber in unserem Beispiel haben wir es jetzt schon soweit geschafft. Wir haben hier jetzt eine Custom Structural Directive gebaut, die dafür sorgt, um zu erkennen, ob ein Nutzer existiert oder nicht. Und ich finde, dieser Code hier ist schon deutlich angenehmer als der Code hier oben. Aber wie können wir denn jetzt unseren User Array hier unten auflösen und noch verbessern? Und das gucken wir uns jetzt im nächsten Teil an. So, dann legen wir mal los mit unserer zweiten Custom Directive, Has Roles. Das machen wir genauso über die CLI und erschaffen uns so unsere neue Directive. Wie wir sehen, wurde die korrekt hinzugefügt. Auch hier passe ich jetzt erstmal den Selektor an, speichere das Ganze ab. Was wir jetzt machen können, ist hier drinnen reingehen und sagen, wir kopieren uns den Code, den wir gerade schon erzeugt haben und machen jetzt einfach Add All Imports. Zack. Und in dem Moment funktioniert unsere Directive und blendet Elemente ein oder aus, je nachdem, ob sie einen User haben oder nicht. Das können wir theoretisch so lassen, aber irgendwie auch nicht so richtig. Weil wir haben ja in unserem Has User Array beziehungsweise in unserer Directive Has User eine Referenz auf bestehende Nutzerrollen. Und das müssen wir etwas anders lösen. Und zwar brauchen wir hierfür keinen Konstruktor. Das hier oben brauchen wir nicht. Können wir rausschmeißen. Tschüss. In dem Moment hier unten brauche ich allerdings einen Setter. Und zwar einen Input Setter auf unsere Directive. In dem Moment sage ich nämlich, okay, wenn unsere Directive aufgerufen wird, dann wollen wir einen Import ermöglichen auf Has Roles. Dieses, was hier steht, Has Roles, muss genauso heißen wie hier oben euer Selektor. Und hier sage ich einfach, nur Nutzerrollen können hier übergeben werden. Hier drin können wir uns jetzt hier einmal aufrufen mit Console.log unsere Roles. Und in dem Moment, wenn ich das getan habe, können wir jetzt nämlich etwas innerhalb unseres Templates anpassen. Und zwar unsere einfachen Buttons, die wir hier oben über eine NGF aufrufen, sehen wir ja auch hier unten. Allerdings wollen wir jetzt unsere Has Roles Directive hinzufügen. Ganz wichtig, auch wieder als Structural Directive markieren, wo wir dann ein Array an Nutzerrollen übergeben. Das speichere ich jetzt ab. Und in dem Moment loggen wir ja unsere Nutzerrollen. Das gucken wir uns jetzt mal an. In dem Moment, wenn ich jetzt unsere Nutzer hinzufüge, werden hier unten nämlich unsere beiden Input-Parameter, nämlich User und User Admin, geloggt. Und hier unten blenden wir jetzt ja noch nichts ein. Das müssen wir jetzt natürlich kontrollieren. Statt unserem Console.log füge ich jetzt hier eine If-Condition hinzu, nämlich wenn Rollen existieren. Dann wollen wir das auch abfragen. Und wenn keine Rollen existieren, dann wollen wir in dem Moment natürlich dafür sorgen, dass unser Element nicht zu sehen ist, also Sys.height. Hier drin wollen wir jetzt natürlich wieder eine Condition auf unseren User State bzw. auf unseren User Service haben, so wie wir das gerade eben auch schon getan haben, über GetUser, Subscription, User. Auch hier wollen wir natürlich kontrollieren, wenn kein Nutzer existiert, dann sollen natürlich auch diese Elemente nicht zu sehen sein. Also auch hier brauche ich wieder ein If-Else, wo ich sage, hide in dem Moment, wenn kein Nutzer existiert. Anders ab gerade eben wollen wir ja aber nicht darauf Bezug nehmen, ob unser Nutzer existiert oder nicht, sondern wir wollen darauf Bezug nehmen, ob der Nutzer die Rollen hat oder eben nicht. In dem Moment kann ich sagen, ich habe hier eine Variable hasRole und hier kontrolliere ich jetzt einfach jede Roll, die wir übergeben. Also hier oben Rolls, also jede von diesen Rolls, die wir übergeben, soll natürlich kontrolliert werden. Und in meinem Fall gehe ich jetzt einfach hier durch den Array von Rolls durch und kontrolliere dementsprechend, ob unser aktueller Nutzer diese Rolle besitzt oder nicht. Wenn das der Fall ist, dann zeige ich unsere Nutzer an. Wenn das nicht der Fall ist, dann zeige ich unser Element nicht an. Das speichere ich jetzt so ab. In dem Moment gehen wir nochmal an unser Beispiel, drücke ich hier auf Make User, dann wird das hier angezeigt. Make Admin wird das beides angezeigt und wenn ich wieder zum Nutzer mache, wird es wieder zurückgeblendet. In dem Moment funktioniert das alles wunderbar. Ich habe jetzt wunderbar zwei Custom Structural Directives gebaut, aber wir sind noch nicht am Ende, weil jetzt kommt noch ein bisschen Verbesserung, weil wir haben ziemlich viel hässlichen Code produziert. Hier sehen wir jetzt unseren produzierten Code nebeneinander. Grundsätzlich sehen wir hier Zeile 10 und Zeile 10 ist hier identisch. Auch hier unten haben wir diese beiden Methoden, die eigentlich komplett identisch aussehen. Das alles können wir also verbessern und vereinheitlichen. Aber wie kann man das denn in Angular relativ simpel machen? Hierfür erzeuge ich mir in meinem Core einen neuen Ordner, den nennen wir einfach Class und hier drin erzeuge ich mir eine neue Datei, die nennen wir showheight-directive.ts. Hier erzeugen wir uns jetzt eine neue Klasse, showheight-directive und da drin erzeugen wir uns einen neuen Konstruktor. Dieser Konstruktor benutzt einmal Template Reference und natürlich View Container Reference als Ursprung und in dem Moment können wir natürlich auch unsere Variable hinzufügen, nämlich isVisible. Außerdem führen wir unsere beiden Funktionen hinzu, beziehungsweise Methoden, die wir gerade definiert hatten, nämlich einmal show und height. Die sehen genauso aus wie in unseren Komponenten, bis auf dass sie hier jetzt keine private Variable, sondern eine public Variable benutzen. Das speichern wir jetzt einfach so ab. So innerhalb unserer hasRollDirective können wir jetzt zum Beispiel unsere Klasse extenden, nämlich um showheight-directive. In dem Moment müssen wir das natürlich importieren und können jetzt zum Beispiel dafür sorgen, dass diese Variable isVisible nicht mehr da ist. Außerdem müssen wir hier jetzt noch sagen, dass unsere Template Reference und unsere View Container Reference korrekt übergeben werden, damit auch showheight korrekt das verwenden kann. Weil woher soll showheight wissen, auf welches Element wir gerade Bezug nehmen? Hier drin können wir jetzt this show, this height benutzen und hier unten sehen wir aber, dass das jetzt rot markiert ist. Das können wir nämlich komplett rauslöschen. In dem Moment haben wir jetzt die Logik, um Elemente an- oder auszublenden, vereinheitlicht in einer weiteren Klasse und das können wir nämlich jetzt auch hier machen. Auch hier können wir jetzt einfach unsere showheight-directive hinzufügen. Auch hier können wir das einfach rauslöschen. Wir können uns auch hier unseren Superaufruf einmal sparen und hier einfügen und in dem Moment auch hier show und height löschen. Wir sehen, der Code hier ist jetzt ziemlich übersichtlich geworden, dafür, dass wir eine relativ komplexe Syntax verschachteln und wir können jetzt in unserer ganzen Anwendungen einfach über ein Extend auf unsere Directive ziemlich einfache Elemente hinzufügen oder entfernen. Hat euch das Video gefallen? Dann hinterlasst doch mal einen Daumen hoch unter dem Video oder einen Kommentar. Gerne auch, ob ihr sowas schon mal gemacht habt oder ob das alles viel zu overingeniert ist und ihr sowas gar nicht machen würdet, weil ihr davon nicht überzeugt seid. Ich bin gerne gespannt auf eure Meinungen. Ansonsten bis nächste Woche und wir sagen viel Spaß und ciao. Bis zum nächsten Mal.